Hallo und herzlich Willkommen meine lieben Männer am 30.09. Also in wenigen Tagen jetzt am Samstag findet die Männerkonferenz im Haus Asten statt und ich möchte euch ein paar Infos durchgeben, damit ihr Bescheid wisst. Also einerseits zur Anmeldung, wer von euch sich noch nicht angemeldet hat und vorher zu kommen, bitte meldet euch unter www.gottessöhne.de an, damit wir eben wissen, wie viel Stühle wir brauchen, wie viel Essen wir brauchen, wie viel Trinken wir brauchen und so weiter. Damit keiner auf dem Boden sitzen muss oder sagen muss, ich habe nichts zu essen bekommen. Also bitte abschließend, wenn du jetzt sagst, ey komm, ich fahre da jetzt hin und gucke mir das Ganze mal an, melde dich einfach an und dann wissen wir eben Bescheid. Die zweite Sache ist, wir werden die gesamte Veranstaltung draußen machen, auf der Schlosswiese und im Innenhof des Schlosses. Das Wetter wird super sein und aufgrund dessen, dass wir so viele Leute sind, wir sind mittlerweile über 160 oder 170 Anmeldungen, haben wir vielleicht sogar noch mehr. So hätte das alles nicht in die Kapelle gepasst und auch nicht eben in die Vortragssäle vom Haus Assen. Da ist mit 120 Mann einfach vorbei, dann ins Ende rappelvoll. Hätten wir uns gequetscht wie die Heringe in der Dose und so haben wir aber gesagt, wir möchten niemanden ausladen oder sagen, hey jetzt machen wir einen Anmeldestopp oder sowas. Für die Kurzentschlossenen wäre das natürlich sehr, sehr schlecht und wir möchten niemanden ausladen. Wir leben in einer verrückten Zeit, wo wir auf jeden Fall jeden einzelnen Mann brauchen und deswegen werden wir das draußen machen. Das Wetter, wie gesagt, der Wetterbericht sagt super Wetter voraus. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott diese Veranstaltung auch mit gutem Wetter segnen wird. Ja, ansonsten, wir werden wie gesagt Stühle auf der Schlosswiese aufstellen, Stühle und Bänke und die Heilige Messe wird ebenfalls draußen stattfinden. Es wird ein Altar aufgebaut und die wird draußen stattfinden. Alle Vorträge werden draußen stattfinden. Ihr wisst, in einer katholischen Messe, wenn man sich hinknien möchte und wenn man dann auf der Wiese kniet, die Wiese wird sicher trocken sein, aber vielleicht möchtet ihr euch dann was unter die Knie mitnehmen. Ja, vielleicht eine leichte Jacke oder irgendwie so ein Hoodie. Morgens um neun ist es vielleicht noch ein kleines bisschen schattig. Der Herbst kommt ja auch so langsam, aber spätestens ab zehn, halb elf ist dann alles tippitoppi. Und ja, habe ich noch was vergessen? Ich weiß nicht. Ach so, einige haben gefragt, wie gesagt, zum Ablauf. Wie gesagt, wir beginnen morgens um neun Uhr mit der Heiligen Messe. Danach gibt es Vorträge, zwischendurch immer wieder Essen, Pause, Vortrag, Pause, Rosenkranz, Beichtgelegenheit, wer möchte. Wie gesagt, am Ende gibt es einen Abschlusssegen und wir bleiben noch gemeinsam sitzen bei einer Flasche Bier. Und wer möchte dann auch noch mit einer, der darf bei einer Bratwurst mit dabei sein. Also wir werden dann noch am Abend was grillen für diejenigen, die noch bleiben möchten. Ja, das wäre es so grob. Wir freuen uns sehr auf euch. Wir freuen uns sehr auf euch, was die Spende angeht oder diese empfohlene Spende für diesen ganzen Aufwand, fürs Essen und so weiter. Das machen wir alles vor Ort. Eine kleine Info noch zu der Straße, wenn man in die Straße Richtung Hausassen reinfährt. Dort gibt es aktuell eine, das ist wie eine kleine Sperrung, aber die Straße ist nicht komplett gesperrt. Es steht Hausassen ist frei. Also Hausassen frei, Zufall zu Hausassen ist frei. Das heißt, wenn ihr vor so einer Straßensperrung steht, dann steht ihr genau richtig. Da müsst ihr reinfahren, durchfahren und dann am Ende nochmal rechts und dann werdet ihr das Schloss sehen. In diesem Sinne, an alle, noch einmal, die sich nicht angemeldet haben und vorhaben zu kommen, meldet euch bitte an. Und für diejenigen, die sich angemeldet haben, danke euch auf jeden Fall im Vorfeld. Ich freue mich, wie gesagt, wir freuen uns alle sehr, dass sich so viele Männer angemeldet haben, dass so viele dabei sein werden. Wir haben vier Köchinnen, die uns bekochen werden und gute Redner, gute Leute, die Vorträge halten werden, wunderbare Priester. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz besonderes Treffen in einer ganz besonderen Zeit mit ganz besonderen Menschen. Gelobt Jesus Christus, wenn ich noch irgendetwas vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Gelobt Jesus Christus und Maria bis Samstag und tschüss. 9 bis 18 Uhr, 30. September 2023 im Haus Assen-Lippetal-Männerkonferenz weitergeben.